Die Chipmunks waren die absoluten Stars. Elvin, schau mal einen Gang zurück da draußen. Tut mir leid, ich kann dich durch den Lern der vielen tausend Fans, die meinen Namen rufen, nicht hören. Bis alles zusammenbrach. Sieh! Achtung! Elvin! Wir sind erledigt. Ich werd schon wieder, ich häng hier nur für eine Weile fest. Ich hab dafür gesorgt, dass ihr in die Schule geht. Schule? Aber jetzt geben die Jungs noch eine Zugabe. Ihr mögt ja berühmt sein, aber hier seid ihr ganz gewöhnliche Schüler. Los, Adler! Adler! Macht Platz für den Doktor der Liebe. Enchanté, mademoiselle. Irgendjemand muss die Typen mal auf ihre Größe zurechtstutzen. Hier, du schlechten Brindsäger! Ruf den Notorzt. Locker bleiben, Leute! Die haben wir fest im Griff. Doch diesmal stieg in jemand die Show. Diese Weihnachten. Ihr wurdet soeben Zeugen des Debuts der Chipettes. Die gehören zu ihr? Da habt ihr es! Jetzt gibt's was auf die Glatze! Heißt es Chipmunks gegen Chipettes. Wir machen die Chipmunks sowas von fertig. Und die Mängel spielt verrückt. Ruf mich an. Ich bin wieder da. Wir brauchen einen sauber ausgeführten Glatze. Ja, das müsste reichen. Komm gleich! Was ist denn da los? Ich muss weg! Alvin! Tja, das kann keiner besser als er. Alvin und die Chipmunks 2. Jetzt bist du völlig fangneu! Redest du mit mir? Und? Angeschmiert! Das war ein Strike! Ab Weihnachten im Kino. Dann waren wir, gold oder gewählte Götd Jenf. Im Kino. Das war mir halt. Oder was kam. Am in. Zähne? Du bist noch nicht. Am in.